Ja ihr Lieben, vor wenigen Tagen hat Jonathan Bailey es angekündigt, jetzt haben wir ihn schon bekommen, der allererste offizielle Teaser-Trailer zu Jurassic World Rebirth ist da. Ja, wir können jetzt ganz klar offiziell sagen, Jurassic World Rebirth wird wirklich der neue Titel des Films werden. Ebenso haben wir noch einen kleinen Teaser bekommen, der uns unter anderem ein weiteres Gerücht bestätigt und uns zum allerersten Mal das neue offizielle Logo von Jurassic World Rebirth präsentiert. In diesem Video jetzt hier quatschen wir mal darüber, was wir da alles zu Gesicht bekommen. Ich zeige euch den Teaser logischerweise auch. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Jetzt ist hier irgendwo so eine dämliche Fliege. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall die offizielle Bestätigung bekommen, Universal hat einen Teaser rausgehauen, um uns ganz klar zu sagen, Leute, das hier ist wirklich der kommende Titel des kommenden Jurassic World Films. Also des Jurassic World 4 Films, können wir jetzt eigentlich wirklich auch sagen, es ist Jurassic World 4? Im Endeffekt, ja. Wir hatten Jurassic World Fallen Kingdom, wir hatten Jurassic World Dominion und jetzt kommt eben einfach wirklich Jurassic World Rebirth. Wobei das Rebirth hier im Namen gar nicht mal wirklich für das stehen soll, was uns im Film selber erwartet. Da wird es jetzt keine Wiedergeburt eines längst verstorbenen Dinosauriers geben. Nein, der Titel Rebirth bezieht sich hierbei wirklich auf die Wiederbelebung des Franchises. Denn das Ganze hat ja begonnen mit der Jurassic Park Trilogie. Die wurde dann mit Jurassic World wiederbelebt und Jurassic World Rebirth macht jetzt eben den dritten Versuch. Eine dritte Neuinterpretation und ebenfalls auch eine Weiterführung der Geschichte der gesamten Jurassic Reihe. Wenn wir uns das Logo gerade mal anschauen, was sagen wir dazu? Im Endeffekt, ja. Wir haben jetzt hier das klassische Tyrannosaurus Rex Logo. Ich hätte mich irgendwie drüber gefreut, wenn es doch etwas ganz anderes gewesen wäre. Also in meiner Wunschvorstellung hätten wir jetzt hier nicht einen Jurassic World Film bekommen. Wir hätten jetzt einen Jurassic Era oder ähnliches bekommen mit einem neuen Dinosaurier auf dem Hauptcover. Aber ich verstehe schon, was sie hier machen. Es macht irgendwo Sinn, das Ganze weiterhin Jurassic World zu nennen. Da wir jetzt ja nach Jurassic World Dominion auch wirklich in der Jurassic World uns befinden. Ebenfalls ist der Name Jurassic World inzwischen derart etabliert, stärker als es Jurassic Park selber jemals gewesen ist. Ich kann also nachvollziehen, warum sie diesen Weg gehen und sagen, ja, wir bleiben bei diesem Markennamen. Das heißt, wir können uns sehr wahrscheinlich darauf freuen, sollte es noch weitere Filme geben, dass wir einfach nur weitere Untertitel bekommen werden unter dem Überbegriff Jurassic World. Das ist jetzt eben so ein Ding. Da müssen sich aber die Leute, die Jurassic World vielleicht nicht so mögen, gar nicht drüber aufregen. Der Film soll trotzdem etwas ganz anderes werden und da glaube ich auch weiterhin dran. Das Logo an sich sieht nicht verkehrt aus. Tatsächlich, es gefällt mir besser, je öfter ich es sehe. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, hätte mir das einer von euch geschickt und hätte gesagt, Tobi, guck mal, könnte das hier das offizielle Jurassic World Rebirth Logo sein? Hätte ich gesagt, nein. Das sieht, es gab andere Designs, die schon ein bisschen geiler ausgesehen haben. Aber das wird auf jeden Fall cool. Ich kann mich da auf jeden Fall dran gewöhnen. Dieses Gold mit dem leicht grünlichen Schimmer sieht auf jeden Fall sehr, sehr dschungelmäßig aus. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt hier unser neues Jurassic World Rebirth Branding. Und ihr merkt schon, ich bin wirklich aufgeregt. Es freut mich, dass wir jetzt so langsam damit anfangen, die Zuschauer wirklich heiß da drauf zu machen. Ich kann zwar auch nicht leugnen, dass ich für den allerersten Teaser vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätte. Irgendwie noch so ein Dino, der auftaucht. Aber wir hören sogar das, was Jonathan Bailey ebenfalls bereits angekündigt hatte. Den Score von John Williams im Hintergrund. Das heißt, das Gerücht, dass John Williams hier wieder mit am Werk sein könnte, wird jetzt immer fester. Das hier ist nicht irgendwie ein Leak oder ein Gerücht oder eine Erzählung von irgendwo. Nein, dieser kurze Teaser hier ist wirklich von Universal selbst gepostet worden. Und ich will euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wenn ihr den Teaser noch nicht gesehen habt, könnt ihr es jetzt machen. Bitteschön. Ja, ihr merkt, auf der einen Seite ist es irgendwie relativ ernüchternd, aber trotzdem auch gleichzeitig etwas ganz Besonderes. Weil wir jetzt nämlich hiermit eine komplett neue Jurassic-Ära lostreten. Wir treten jetzt hiermit eine komplett neue Reise und ebenfalls auch die Eröffnung ins von Colin Trevorrow bereits angekündigte Jurassic-Franchise-Universum. Also da treten wir jetzt eben auch ein. Und ich habe mir tatsächlich schon das ein oder andere Video angeschaut von anderen US-amerikanischen YouTubern. Die gehen jetzt sehr häufig darauf ein, dass, naja, wenn der Leak mit Jurassic World Rebirth wirklich gestimmt hat, müssten dann nicht auch die ganzen Story-Leaks stimmen? Und da würde ich sagen, nein, der Leak von Jurassic World Rebirth war ja das einzige, was wir wirklich handfest hatten. Die haben ja wirklich eine Domain angemeldet, die eben den Titel JurassicWorldRebirth.movie getragen hat. Das heißt, das war so der einzig wirkliche Leak, den wir bisher gehabt haben. Ob von den ganzen Story-Gerüchten und angeblichen Leaks irgendwas dann später eintrifft, das werden wir spätestens herausfinden, wenn wir den ersten Trailer zum Film bekommen haben, der angeblich sogar im November schon erscheinen soll. Und ja, wenn der Tyrannosaurus Rex jetzt wieder das Logo ziert, dann wird der T-Rex auch drin vorkommen. Das heißt, möglicherweise kann man auch hier schon sagen, boah, die Gerüchte stimmen, es kommt ein neuer T-Rex vor. Der T-Rex wird auch ein neues Design haben. Glaube ich dran, definitiv. Wir werden jetzt nicht wieder Rexy bekommen. Die alte Dino-Dame ist inzwischen in Rente. Das heißt, wir können uns hier ziemlich sicher schon mal auf eine neue T-Rex-Variante freuen, die ja angeblich so ein bisschen orangener sein soll. Quasi wie das alte Spielzeugmodell von 93 und ja, mehr können wir da jetzt im Endeffekt nicht großartig herausziehen. Aber das reicht doch für den Anfang. Die Sache beginnt jetzt auf jeden Fall. Wir können jetzt sagen, die Jurassic World Rebirth-Ära beginnt und wir müssen vor allem nicht mehr die ganze Zeit drumherum schwätzen. Jurassic 7, Jurassic Park 7, Jurassic World 4, nein, Jurassic World Rebirth. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr vom Logo? Was haltet ihr vom Soundtrack? Und schaut euch auf jeden Fall auch nochmal dieses Video hier von mir an. Da haben wir nämlich auch ein Gerücht besprochen, dass möglicherweise schon im November 2024 der allererste richtige Trailer zum Film erscheinen könnte. Und jetzt, wo wir das hier bekommen haben, ganz ehrlich, glaubt ihr da dran? Ich irgendwie schon. Ich bin auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.